Heute und herzlich willkommen hier auf MrWelcheLB zu einem gleich auf klärens Video und es wird wahrscheinlich erstmal das letzte sein, ich sag's euch direkt zum Anfang, weil ganz ehrlich, die Klickzahlen stimmen nicht, das heißt jetzt nicht, dass wir klickgeist sind, aber wenn man hier guckt, ich hab jetzt hier auf einem anderen Rechner auf, dass wir mit der ersten Folge 27 Aufrufen hatten, was jetzt auch für unseren Kanal nicht so stark ist eigentlich, dass wir dann auf mittlerweile teilweise 10 Aufrufe, bei 10 Aufrufen sind, dann tut's mir leid, ich mein ihr kommentiert zwar gut, es kommen auch Daumen, ja Daumen und Kommentare sind halt auch sehr gut bei dem Projekt, allerdings stimmen die Klickzahlen irgendwie nicht, also es ist normal, dass meine Videos weniger Aufrufe haben, wie die von Fabi, aber wenn man hier schaut, der Omzi hat jetzt hier, der Wanderbus vom 27.12. hat 124 Aufrufe und mein FIFA Video hat 37, das kam am 2.1. und am 4.1. kam dann mein Clash of Clans Video, ja doch am 4.1. kam mein Clash of Clans Video und das hat dann 27 Aufrufe und wir entwickeln uns da wirklich zurück, machen wir wieder Clankrieg. jetzt seht hier im Dorf ist auch viel passiert, weil ich ganz ehrlich, weil ich die Klicks lang gesehen hatte und nicht wirklich Bock hatte irgendwas aufzunehmen, die Mauer, wir sind jetzt eigentlich ein Max Out Level 3 Base, ähm, ja, ich bin jetzt hier am upgraden, wir haben mittlerweile Mauerbrecher Mauerbrecher und Kobolde in der Kaserne freigeschalten und ja, da müssen wir noch schauen, wie wir hier weitermachen. Ob ich das, also ich werde das Projekt auf jeden Fall mal weiterspielen, aber ob ich jetzt, ob es da je irgendwie wieder ein Video geben wird, weiß ich nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt, ich denke mal, die, die die Videos gucken, die haben auch Bock drauf. Aber es ist halt schade, wenn sich uns halt eben nur 10 Leute angucken bei einem Kanal, der 1350 Abonnenten hat, weil ich eigentlich saugeil finde, dass wir jetzt so viele Abonnenten haben. Ja. Okay, wir haben irgendwie eine ziemlich unglückliche Truppenzusammenstellung mit Gold. Oh, komm, wir haben sowieso zu viel Alex hier. Warte mal, wir müssen noch gerade warten, bis die Verteidigungsrepeute weg sind. Vielleicht wäre ich auch, ihr könnt mir auch immer so Wünsche in die Kommentare schreiben, soll ich mich nur mit Mauernbrechern angreifen. Was bestimmt auch recht lustig ist. Aber, ist halt schade, dass... Das, das halt eben... Ja, nicht so... angenommen wird. Ich hab eigentlich gedacht, dass das Spiel besser angenommen wird. Ihr merkt, mir fällt jetzt auch nicht viel zu... zu ein, weil... Genau. Es war ein Versuch und... der war halt eben nicht so erfolgreich anscheinend. Aber, wenn es euch nicht halt eben nicht gefällt, dann... braucht es ja nicht weiterzumachen. Ich mein, für die 10 Leute, oder ich sag mal 15 Leute, die sich wirklich angucken, tut es mir wirklich leid, dass dann nichts mehr kommt. Aber, wenn sich wirklich nur die 15 Leute angucken... Ja. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es machen würdet. Ich mein... Ähm... Ich weiß jetzt echt nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, die ich jetzt hier getroffen hab. Aber... Ich denke, wenn es sich echt keiner anguckt... Für wen soll ich's machen? Jetzt machen wir einen schönen... Richtig schönen Scheißangriff. War hier grad noch jemand on? Und dann können wir noch... nur Mauerbrecher ab. Bitte. Na... Mal guck mal, ob ich es oft schneller noch... noch ein paar Mauerbrecher krieg. Ja, wir schauen nochmal grad zum Clan vorbei... Wie viele Leute sind wir denn noch? 26. Naja, viel ist auch nicht mehr los. was ich mal so sagen darf vielleicht wollt ihr ja auch dass ich das Projekt weiterspiele wenn wir irgendwie ja ich schon ein höheres Rathauslevel erreicht haben aber ich finde da gibt es so viele von auf YouTube deswegen fand ich das hier eigentlich recht gut und ja mal schauen dann kriegen wir jetzt nix mehr dann greifen wir den jetzt mal an ein vielleicht mit ziemlich wenig Mauern ich hab gesagt wenig Mauern und gibt es hier vielleicht wie jemand der seine Mauern irgendwie vielleicht eine Ecke zusammengestellt hat und und der hier sieht doch gut aus und 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 dann und und ich und die Mauer Dankeschön dieser Mauerbrecher wird nun habe ich schon wieder eine Mauer Dipp 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 okay lustiger Fehlangriff zum Abschluss ich hoffe euch hat es gefallen schreibt mal in die Kommentare wie ihr weitermachen wollt oder ob ihr es weiter sehen wollt ich denke mal die Leute die sich hier jetzt angeguckt haben bis zum Schluss und die wollen es auch weiter sehen sagt Freunden Bescheid wisst ihr wenn ich sehe dass die Aufrufzeilen besser werden dann mache ich sofort weiter weil mir macht es super ich betone nochmal wir sind nicht klickgeil auch wenn ich das jetzt so anhört oh der sagt jetzt wir sind nicht klickgeil ja ich würde es auch machen also ich spiele das Spiel ja für mich wirklich weiter aber es ist halt frustrierend zu sehen das sind zum Beispiel 10 Leute das Video guckt mal 1,3 Millionen 1.350 Abonnenten das ist ein 135 und das ist halt dann schon schade wenn man sicher eigentlich doch Mühe gibt mit den Videos deswegen würde ich mir vielleicht sagt nochmal Freunden Bescheid guckt euch das mal an wäre super und ich verspreche euch spätestens bei 2000 Abos bei 2000 Abos kommt dieses Projekt wieder ich verspreche es euch außer ich sollte bis dahin irgendwie kein YouTube mehr machen aber wenn ich auch YouTube mache verspreche ich euch dass es 2000 Abonnenten welche wieder eine Folge gleich auf Glance von mir gibt mit diesem Dorf hier allerdings wahrscheinlich dann schon ein bisschen weiterentwickelt ihr seht ich gehe hier gerade auf Rathaus 4 ist morgen fertig vielleicht teile ich euch auch mal ein bisschen auf dem Laufenden vielleicht bisschen auch so irgendwie Rathaus 7 oder so sind und dann mal schauen also ich hoffe ihr bleibt uns auch weiter treu auch ohne das Projekt schreibt wirklich mal in die Kommentare wie ihr es empfindet und ja ich hoffe das Projekt hat euch bis hierhin gefallen und wenn es wieder kommt unterstützt es wieder so wie es jetzt war die Unterstützung war wirklich geil die Kommentare der Anzahl die Daumen in der Anzahl nur halt halt eben die Aufrufe waren halt eben ein bisschen bescheiden und deswegen vielen Dank fürs Zuschauen wir hören uns auf jeden Fall wieder ich werde auf jeden Fall noch mal ein anderes Projekt wahrscheinlich anfangen irgendwann und ansonsten wir hören uns auf jeden Fall wieder spätestens bei 2000 Abonnenten das verspreche ich euch und bis dahin sage ich Ciao bis dann euer Andi